Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen die bekannten Arni-Schocki-Spezialitäten näher vorstellen. Eines der Geheimnisse der Arni-Konfiseure ist, die Schocki nach traditioneller Methode, aber auf modernsten Anlagen herzustellen. So kann die Koopi in ihren Läden die grosse Auswahl von Arni-Schockinen immer in der gleichbleibenden, guten Qualität anbieten. Und die Qualität fängt natürlich auch, oder herst recht bei Schocki, bei den Rohwaren an. Vor jeder Lieferung werden strenge und genaue Eingangskontrollen gemacht, wie hier zum Beispiel bei den Kackobohnen. Und hier sehen wir, wie diese Kackobohnen gereinigt, geröstet, gebrochen und gemahlen werden. Nach vielen weiteren Verredelungsprozessen kann dann die eigentliche Herstellung anfangen. Von Arni Milch-Schocki, den gefüllten Schockinen, von Arni Praline und allen anderen süssen Köstlichkeiten von Arni. Das neueste von Arni ist übrigens die Jubiläums-Schocki Arni Giandino mit Gianduia-Füllung und Krokant. Und was man bei Koop von Mona günstiger einkaufen kann, das sehen Sie jetzt gleich anschliessend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop das ganze Zabast-Assortiment, jede Tauben jetzt 50 Kronen günstiger. 100 Gramm Delikatesse-Fleischkäse jetzt nur 90 Kronen. 10 Frischbackbrötchen statt 220 Kronen nur 81 Kronen. Und nur morgen, über morgen und am Samstag eine Flasche Nöpfelsprudel statt einem Franken 5 Kronen nur 80 Kronen. Die Kronen-Regenmantel für nur 139 Franken oder die Manchester Jeans in diversen Farben für nur 39 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017